Hallo zusammen, wir stehen hier quasi auf dem ehemaligen Gleis 1 und sehen, dass es gerade schon was los ist. Es wird also asphaltiert. Ich kann sogar sehen, wie weit der Asphalt kommen wird aufgrund dieser Linie. Die Linie. Ich bin jetzt in der Mitte der Mitte. Ich kann sie so weit wegnehmen. Vielen Dank.